Ich bedanke mich, dass Sie das Video angeklickt haben. Hallo liebe Lotto-Freunde, heute geht es um alle möglichen mathematischen Quadrataufstellungen und zwar von 2 bis 7 Systeme, welches wir auf das Lotto-Spiel anwenden können. So, wir fangen mal einfach mit zweier Quadratsystem an und zwar, wir haben hier die 1, 2, 3, 4. Wir werden das Ganze um 90 Grad drehen, also die 1, 2 spiegelt sich hier so nach unten, 3, 4 spiegelt sich so nach unten. Hier geht es um ganz einfache Grundstrukturaufbau, alle Quadrate. Bei dreier System das gleiche Spiel, wir haben hier 1, 2, 3, 1, 2, 3 wird gespiegelt und so weiter. Vierer System, 1 bis 4, 1 bis 4 wird gespiegelt. Bei Fünfer System genau das gleiche, 1 bis 5. Hier haben wir auf 10er Quadratsystem gespielt. Jetzt haben wir hier von 1 bis 6 gleiches Spiel und hier hatten wir ja das 7 mal 13er System von 1 bis 7, genauso eine Spiegelung. Wir haben die Systeme erstmal mathematisch von Grundstruktur hier aufgestellt. Jetzt werden wir alle Quadrate zusammensetzen bzw. erweitern. So, dann fangen wir hier oben mit zweier Quadratsystem an. Wenn wir die Zahlen natürlich so zusammensetzen, dass diese sich wiederholen, kommen wir hier insgesamt auf ein 9 mal 12er Rechtecksystem. Das gleiche haben wir hier unten für 3er Quadratsystem. Hier kommen wir auch auf 9 mal 12. Das wäre zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Ganze wurde hier weiter gespiegelt. Vierer System. Hier haben wir wieder 9 mal 12er Rechtecksystem. Ich zeige euch das auch nochmal. Das geht ja bis 16. Dann wurde das Ganze gespiegelt. So, hier haben wir das 10 mal 10er Quadratsystem. Ihr seht das selber. Wir haben hier 1 bis 5. Das Ganze geht bis 25 weiter runter. Das Ganze wird dann wiederum hier gespiegelt. Hier haben wir ein echtes 10 mal 10 Quadrat. 6er Quadratsystem. 9 mal 12. Also genauso wie die 3 Stücke hier. Und zwar hier haben wir von 1 bis 36. Das Ganze wurde hier genauso gespiegelt. Zu guter Letzt kommen wir auf das 7 mal 13er Quadratsystem. Und zwar hier habe ich die Diagonale extra drin gelassen, sodass wir auf 7 mal 14er Rechtecksystem kommen. Es werden insgesamt 6 Zahlen gezogen. Dementsprechend verwenden wir 6 verschiedene Quadratsysteme. Durch gewisse Auswertungen, durch gewisse Verschiebungen kommt man hier das Glück sehr nahe. Mit das 7 mal 14er Rechtecksystem ist uns ja bereits gelungen, 2 mal 5er zu treffen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Bitte die Quadratsysteme beherzigen. Alles Gute und bis bald.